Wunderschönen guten Tag, Peck hier von Gattenschlauchgaming. Auf Twitter kam der Hinweis, dass bei dem 26. Teil von Grid Autosport natürlich eine Szene fehlt. Und richtig, es ist die versprochene Zeitlupenszene, wie ich meinen Teamkollegen auf einer Mauer parke. Und ja, der Mann am Schnittrechner, der natürlich ich selbst bin, der hat es leider irgendwie vergessen in der Eile des Gefechts. Und deswegen liefere ich das heute und hier für euch nochmal nach. Schaut's euch an. Ich rempele ihn erst schön an und dann überschlägt er sich und fliegt leider ab und landet natürlich auf der Mauer, wo er allerdings nicht allzu lange stehen bleibt, denn die liebe KI setzt ihn wieder dahin zurück. Und ich habe es euch auch nochmal in Zeitlupe und vergrößert und toll ins Stereo und bunt. Ich hoffe, ihr genießt es. Ja, bis zum nächsten Mal und schön weiter die Grid-Videos schauen, meine Freunde. Tschüss! Tschüss!